Duell mit erweiterter Beweglichkeit in einem Käfig. Schalte deine Gegner aus, um eine Runde zu gewinnen. Wer drei von fünf Runden gewinnt, erhält ein Fürsprechergeschenk. Erfordert Kolosseum-Ticket oder bezahlte Teilnahmegebühr. Okay. Uroma backt deinen Kuchen. Danke für dein Follow und herzlich willkommen in der Gemeinde. Was ist denn die Materialschlacht? Oh, sucht er direkt. Okay, den habe ich noch nicht freigeschaltet. Es gibt den Legion und den Ronin. Ersan-T. Danke für dein Follow. Du hast mir, glaubst du, eine Anfrage geschickt? Hast mir eine geschickt? Müsste ich gleich mal gucken. Blue-Leo. Danke für dein Follow und herzlich willkommen in der Gemeinde. Ja, hör bloß auf. Das war gerade schon etwas traurig, ne? Aber nun gut, was willst du tun? Aber fast so episch geht's auch. Genau. Multiplayer. Bei mir sind die Soundeffekte persönlich ein bisschen zu laut, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie ihr das in der Kampagne ausgehalten habt. So finde ich das tausendmal angenehmer. Ich habe fast die Ohren weggeführt. Ich habe fast die Ohren weggeführt. Ich habe fast die Ohren weggeführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich meine, ich kenne die Maps auch überhaupt noch nicht Nur ein bisschen gespielt Aber ich finde, der Multiplayer, der macht echt Eine gute Figur Das ist von der Performance her super Keiner leckt hier rum So nah geworden, okay Scheiße Hä, was hast du gesagt Nein, ach komm, jetzt geht's doch wieder Nein Okay Okay Okay, haben wir da einen Titan Gegnerischen Ich glaube schon, ne? Ne, ist unser So übersehen die Sauen Gleich So, und da kommt er Geile Sache So, jetzt gehe ich mal wieder mit dem Oh, ich finde den Ronin so gut Oh, ich bin fertig Ich bin fertig Ich weiß nicht, was du bist Ich kann nicht, Papa Ich weiß nicht, was du bist Ich fuhr im Hintergrund Ich bin da unten so nicht mein freund nicht mit commander da geht er down ok das könnte man machen mit dem hagen da hast du recht so Alter! Also wie gesagt, der Multiplayer, supergeil. Echt fischig, gut. Jo, gleich. Erstmal zerpflück ich den hier. So, dann geh ich mir mal mein Baby. Los geht's. So sieht das aus. Und jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So mein Freund Okay Dieser, wir haben schon ein Wort Auf PC müsste eigentlich auch in der Überschrift stehen One-Hit-Sniper So, Howie Burns, ich guck mal kurz nach, ob du mir eine Anfrage geschickt hast Es sieht nicht so aus Nee Nee Da ist keine Freundschaftskraftfrage angekommen Muss ich auch ganz ehrlich sagen, kenne ich mich damit nicht aus One-Hit-Sniper, danke für dein Follow und herzlich willkommen in der Gemeinde So, ich muss mal kurz gucken Piloten anpassen Der hat auch den Haken Impulsklinge, Tarnvorrichtung ist auch sehr geil Mikro-Raketen Okay Also das kann ich auch um Gottes Willen Erstmal will ich alle Titanen haben So Was hat der denn? Salven-System Salven-System, okay Jetzt zieh so Raketen Partikel-Mauer Sonar-Erfassung Ich spiele erstmal nochmal mit dem Ronin Ja Nee, nee, ist auf dem PC alles Was hab ich denn da für eine Waffe? Das ist richtig Du hast mich, was du schreitest Du hast dich, was du schreitest Ich habe mich, was du schreitest Du hast dich, was du schreitest Hilfe! Unterstürzung schnell! Schade! Schade!